Herzlich willkommen zu den Hypno-Inspiratorials. Fünf Fragen, die ein Hypno-Diseur gestellt bekommt. Frage Nummer zwei. Funktioniert das denn wirklich? Kurze Antwort, ja. Und jetzt eine etwas ausführlichere Antwort. Die Frage, ob das denn eigentlich wirklich bzw. immer funktioniert, wird ziemlich häufig gestellt. Und das aus zwei guten Gründen. Erstens suggeriert das Wort Hypnose, dass man ohne eigenes Zutun quasi wie ein Computer vollständig umprogrammiert werden kann. Die Hypnose als digitaler Prozess binär entweder an oder aus, aber ohne jegliche Grauschattierungen. Zweitens stellen sich viele Menschen unter Hypnose einen ganz besonderen, nahezu unheimlichen Zustand vor, der mit einer eindeutig spür- und fühlbaren Veränderung des eigenen Bewusstseins einhergeht. Milton Erickson, einer der bekanntesten Hypnotisöre aller Zeiten, soll einmal gesagt haben, dass grundsätzlich jeder Mensch hypnotisierbar sei, dass es bei einigen nur tausend Anläufe braucht, bis die Trance auch Wirkung zeigt. Und selbstverständlich wird Erickson niemanden tausend Male hypnotisiert haben, um zu dieser Aussage zu gelangen. Was er leicht überspitzt zum Ausdruck bringen wollte, war vielmehr, dass wirklich jeder Mensch trancefähig ist, es gelegentlich nur einige Anläufe braucht, bis man entweder die Form von Hypnoseinduktion gefunden hat, die auch zum Klienten passt. Und selbstverständlich benötigt auch der therapeutische Report, also der Bezugsrahmen zwischen Klient und Hypnotiseur, etwas Zeit, bis es sich weit genug entwickelt hat, um für eine Trance tragfähig zu sein. Wenn wir uns die Frage nochmal anschauen, funktioniert das denn wirklich? Dann entdecken wir zudem etwas, was wir aus dem NLP, also dem neurolinguistischen Programmieren, als fehlenden Referenzindex kennen. Hier lohnt es sich durchaus mal nachzufragen, was genau ist das denn eigentlich für Sie? Was genau soll funktionieren? Angenommen, es würde funktionieren, woran würden Sie dies erkennen? Bevor wir dem Klienten also eine Antwort geben, sollten wir immer erst verstehen, was sie oder er eigentlich wissen will. Das ist das Spannende bei Fragen, dass wir natürlich immer so unsere eigene Vorstellung davon haben, was denn jetzt der konkrete Informationsbedarf unseres Gegenübers ist. Aber oftmals liegen wir mit unserer eigenen Vermutung meilenweit daneben. Und deshalb ist es gerade in der Hypnose so unglaublich wichtig, immer wieder mit Fragen zu reflektieren. Einerseits als Hypnotiseur den Versuch zu wagen, ein tiefgreifendes Verständnis von den Bedürfnissen des Klienten zu entwickeln und andererseits auch den Klienten dazu einzuladen, selbst zu reflektieren, was sich hinter einem ausgesprochenen Wunsch verbirgt. Denn in der Frage kann das, dass sich nämlich sowohl auf die Hypnose als auch auf die möglichen Ergebnisse einer therapeutischen Veränderungsarbeit beziehen. Und in beiden Fällen würde die Antwort unterschiedlich ausfallen. Konkret, an beiden Beispielen mal durchgespielt, funktioniert das denn eigentlich? Also funktioniert die Hypnose eigentlich? Ja, hier haben wir eingangs schon erwähnt, dass wir es oft mit der Vorstellung zu tun haben, dass es sich bei der Hypnose um einen unglaublich digitalen Prozess handelt. An, aus, binär, keinerlei graue Schattierungen. Also entweder man ist hypnotisiert oder man ist es eben nicht. Das ist zumindest in dieser Radikalität allerdings nicht ganz richtig. Denn Hypnose ist nicht schwarz-weiß, sondern verfügt über schier unendlich viele Grauscherzierungen. Die Frage ist also nicht, ob man in Hypnose ist, sondern wie tief man in Trance ist und ob es sich dabei um eine nützliche Lösungstrance oder eher eine defizitäre Problemtrance handelt. Wenn wir von Trance sprechen, dann wollen wir unter anderem auch zum Ausdruck bringen, dass unsere Bewertung und Beurteilung der Realität immer nur ein subjektiv gefärbtes Abbild darstellen kann, niemals aber die Realität selbst. Solche Abbildungen sind natürlich immer aufgrund unserer eigenen Erfahrungen subjektiv geprägt, gefärbt und ja, gelegentlich auch ganz, ganz grandios verzerrt. Eine der Grundannahmen des neurolinguistischen Programmierens bringt dies sehr schön zum Ausdruck. Sie lautet, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Auf die Hypnose bezogen bedeutet dies, dass wir uns eigentlich alle schon in Trance befinden. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen zu ihrem eigenen Vorteil, also so, dass ihre subjektive Abbildung der Realität eher positiv geprägt ist und die anderen so, dass ihre subjektive Abbildung der Realität negativ und hinderlich ist. Lassen Sie mich also an dieser Stelle mal eine Herangehensweise vorschlagen, die sich etwas von dem Üblichen unterscheidet. Statt die Hypnose als digitalen Prozess zu betrachten, also an und aus, gehen wir davon aus, dass wir sowieso immer ein Stück weit in Trance sind. Die Frage lautet also nicht, wie man Trance erzeugt, sondern wie man sie individuell so formen und führen kann, dass sie sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirkt. Praktisch gesehen könnte dies zum Beispiel über die hypnotische Bearbeitung von inneren Überzeugungen gehen. Den Begriff haben Sie vielleicht schon mal gehört. Er ist auch recht bekannt unter dem Ausdruck Glaubenssätze. Mittlerweile geht man in der Hypnose ein bisschen weg davon, von Glaubenssätzen zu sprechen, weil viele Klienten einfach damit assoziieren, dass es sich um konkrete Sätze handeln müsste. Und das Wort Glaube ist jetzt auch nicht etwas, wo sich jeder wirklich dafür erwärmen kann, ist aber im Endeffekt dasselbe in Grün. Also ob Sie jetzt von inneren Überzeugungen oder Glaubenssätzen sprechen, kommt im Endeffekt auf das Gleiche heraus. Wenn Sie das Gefühl haben, jetzt mal als Beispiel an mangelndem Selbstwertgefühl zu leiden, dann werden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch so einige negative Überzeugungen über sich selbst gesammelt haben. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, mir gelingt sowieso nie etwas. Wenngleich Sie solche inneren Überzeugungen auf bewusster Ebene durchaus reflektieren, hinterfragen und gegebenenfalls auch korrigieren können, sind diese auf unbewusster Ebene fest einzementiert. Und zwar so, dass Sie jetzt nicht unbedingt der überprüfbaren Realität entsprechen müssen. Das zeichnet nämlich innere Überzeugungen aus. Sie können wahr sein, müssen es aber nicht. Sie befinden sich also in einer sogenannten Problemtrance. Ihre eigene innere Abbildung der Wirklichkeit entspricht nicht der tatsächlichen Realität. Durch die hypnotherapeutische Bearbeitung dieser Glaubenssätze können diese nun gelöst und positiv transformiert werden. Der Klient wird also nicht aus einem vermeintlichen Bach-Zustand in den Zustand der Hypnose geführt, sondern die sowieso andauernd stattfindende Selbsthypnose wird positiv verändert. Das funktioniert also ganz gewiss. Und wie gerade beschrieben, sogar ganz ohne Hypnotiseur. Wir hypnotisieren uns tagtäglich selbst. Unsere Mitmenschen hypnotisieren uns. Die Medien hypnotisieren uns. Die Werbung hypnotisiert uns gewiss auch. Jetzt gibt es aber noch die zweite Möglichkeit, das Wörtchen das auszulegen. Und zwar so, dass der Klient nicht wissen will, ob die Hypnose als solche funktioniert, sondern ob Hypnosesitzungen funktionieren. Also ob er das, was er im Rahmen der Veränderungsarbeit als persönliches Ziel definiert hat, auch erreichen kann. Und die Frage ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Der prognostische Erfolg einer jeden psychologischen Veränderungsarbeit hängt von ziemlich vielen Einzelfaktoren ab. Das beginnt mit der persönlichen Veränderungsbereitschaft des Klienten, geht über die Kompetenz und das Einfühlungsvermögen des Hypnotiseurs, und reicht bis hin zu den ganz individuellen psychodynamischen Prozessen, die im Rahmen einer Therapie entstehen. Grundsätzlich sollten wir mit Heilversprechen sehr zurückhaltend und vorsichtig sein. Diese sind nicht nur aufgrund des Heilmittelwerbegesetzes verboten, sondern suggerieren zudem, dass der Klient keine Eigenverantwortung am therapeutischen Geschehen trägt. Das kann ganz rasch in eine für uns etwas ungünstige Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-Nass-Haltung seitens der Klienten umschlagen. Selbstverständlich wollen wir unsere Klienten positiv aufbauen, motivieren und inspirieren. Andererseits können, wollen und dürfen wir aber auch nicht zu narzisstischen, geradezu omnipotenten Quacksalbern mutieren. Und die werden wir genau in dem Augenblick, wo wir unseren Klienten pauschal eigentlich nicht mögliche Erfolgsversprechen geben. Dieser schmale Grat lässt sich oftmals sehr sinnvoll beschreiten, wenn wir meine Antwort wie folgt liefern. Der Erfolg einer Hypnose hängt von vielen verschiedenen Einzelfaktoren ab. Einer der wichtigsten ist Ihre eigene Bereitschaft zur Veränderung. Ich kann Ihnen die von Ihnen gewünschte Veränderung nicht abnehmen, genauso wenig, wie ich sie irgendwie von außen verändern könnte. Allerdings kann ich Sie sehr wohl dabei unterstützen, die von Ihnen für die Veränderung benötigten Ressourcen zu schöpfen, zu entfalten und greifbar zu verankern. Ich kann Sie dabei begleiten, einen tiefen und wichtigen Kontakt zu Ihrem eigenen Unterbewusstsein zu entwickeln. Meine Rolle ist nicht die eines Taxifahrers, der Sie bis hin zu dem gewünschten Ziel chauffiert, sondern die des Fahrschullehrers, der Ihnen alle wichtigen Fähigkeiten vermittelt, um Ihr Ziel selbst erreichen zu können. Das übergeordnete Ziel dabei ist natürlich, dass Sie autonom sind und eine hohe Bewegungsreite entwickeln und in Zukunft selbst Ihre Ziele ansteuern können, ohne dass Sie erst auf einen Chauffeur warten müssen. Hypnose funktioniert die meiste Zeit über für die meisten Menschen. Aber nicht immer und nicht für jeden. Je höher Ihre eigene Motivation und je stärker Ihre eigene Bereitschaft ist, auch aktiv am therapeutischen Geschehen mitzuarbeiten, desto besser wird Ihr Erfolg ausfallen. Lassen Sie uns also gemeinsam unser Bestes dafür geben, Ihr Ziel zu erreichen. Das nur mal als kurzes Beispiel. Sie sehen, Sie hören, dass die Frage, funktioniert das denn eigentlich wirklich, beziehungsweise immer nicht nur äußerst berechtigt ist, sondern dass es auch überaus wichtig ist, differenziert auf Sie antworten zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen.